Ja, servus YouTube-Handeln und herzlich willkommen bei eurer Biennale HDX und heute gibt es den Most Wanted Blacklist Fahrer Nummer 8. Es ist ein Mercedes SL65 AMG und ich fahre mit dem Borussia B2, ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Ihr werdet das Auto gleich sehen und ich wünsche euch viel Spaß dabei und es mal wieder live kommentiert. Und ich muss sagen, das Auto vom Gegner sieht eigentlich recht nice aus, also kann ich nichts zu sagen. Auf jeden Fall, das hier ist so meiner, sieht aus wie so ein Bugatti-B-Raum, weil man ein bisschen Ahnung hat, wie der aussieht. Und, junge, 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 alter, grotend schlecht fahre ich wieder, also, nein, boah, ich fahre jetzt, aber, ich fahre hier lang. Weil ich noch keinen Geländereifen, Geländereifen noch, drauf hab, fahre ich hier unten lang. Und ich denke mal, dass der Gegner, welcher drauf hat, weil wenn man mit Straßenreifen auf Gelände fährt, dann ist man nicht so schnell, als wenn man Geländereifen drauf hätte. Und das dann ungefähr so aussieht wie jetzt und mich das nervt. Und auf geraden Strecken bin ich eigentlich schneller, vom technischen Daten her, bin ich schneller als er eigentlich, also, weil er dürfte, also, der Mercedes dürfte hier im Spiel nur so 280 fahren. Und wir sind da eigentlich gleich schon am Limit, genau, am Limit. Für 250 war das gerade eben. Und, habt ihr das gesehen, er fährt über die Nagelschere, sah ich schon, ja, über den Nagelstreifen darüber. Weil bei ihm passiert nichts und bei mir würde dann gleich wieder alle Reifen platzen, ey, das nervt bis zum, geht nicht mehr. Wow, alter, langer Drift. Wow, 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 wow. Und ihr seht, jetzt, Leute, wenn ihr jetzt, ihr könnt gerne nochmal zurückspulen und dann gucken, wo ich aufs Gelände drauf fahre und wie viel kmh ich da verliere. Ich glaube, das waren die 15 kmh. Und auch wenn es nur 15 kmh sind, ist das übelst viel eigentlich. Weil diese 15 kmh halt halt sehr, sehr viel ausrichten können in diesem Spiel. Wow. Boah, schnappe Sache, Digga, schnappe, ja, er ist dagegen gefahren. Und jetzt guckt unten links, guckt unten links auf die Karte, wie schnell er wieder aufhören kann. Obwohl ich meine konstante Geschwindigkeit halte von so 210 kmh oder sowas. Komm, 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 gib gar so ein Scheißding, ohne Nitro spiel ich das Ding. Komm, 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 ja, Leute. Und da ist es, da ist es, Ziel. Da ist das Tor. Boah, no, Goal, Goal, Goal. Oh mein Gott. Boah, 2.16.40. Na, kein neuer Rekord. Most Wanted Challenge verfügbar. Und, oh, irgendeinem noch die Bullerei abhängen. Bullerei, oh, das hört sich so sexy an. Gib's mir, du Bulle. Ja, okay, Spaß, Mann. Na, wo sind's, oh, fuck, 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 fuck. Also, Leute, das war doch mein Drift, der respektiert werden muss, oder? Und an der anderen Seite stand's auch grad, wie das Auto hieß. Ich hab jetzt nicht hingeguckt, also... Ja, was mit Bo... Ja, was mit Bo... Ich weiß jetzt nicht, wie das Ding heißt. Wir machen einfach mal Car Change. Da stand's grad wieder. Und... Das eine Auto da heißt... Los, komm jetzt. Ich kann auch wieder wechseln. Es ist ein Marusia. Ach, Marusia, nicht Borussia. Marusia B2 ist das, okay. Naja. Auf jeden Fall, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Eure Birna. Dx.